Was habt ihr hier wieder für einen Schmarrn zum Weihnachten geschenkt gekriegt? Grüß'n grüß' euch! Und auch wieder nur einen Schmarrn gekriegt? Ja, jedes Jahr. Ich möchte so miterleben, dass die Weiber uns noch gescheit was schenken. Jedes Jahr der gleiche Schmarrn. Ja. Was hast denn du gekriegt? Hör' mir auf. Hör' mir auf. Warte, ich hab's dabei. Sag' hier. Ein sexy Stift, hä? Der Oma. Tolles Geschenk. Aber jetzt warte. Der kann was. Magst du singen? Ja, schreit's. Ja. Dann freu' dich. Sag' her. Dann zahl's dir. So. Ja. 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 Was willst du damit anfangen? Ja. Geh. Kannst du mir deine Grußmutter erschrecken damit? Scheiß Geschenk. Ja. Geh. Was habt ihr denn ihr gekriegt? Na, das würde mich auch mal interessieren. Ja, das soll jetzt mit der Sprache kommen. Was hast du denn gekriegt? Ich hab' mir neue Augen gekriegt. Ja. Uuuuuh. Schavier. Schön. Ich hab' mir gebraucht. Ich hab' mir gebraucht. Sag' mir was auch rein? Ja. Zeit zu. Öhe. Hoppala. Witzig. Ja. Ach man. Ja. Hab' ich gewöhnt? Rappert es? Nein, nicht unbedingt. Aber jetzt bist du dran. Und? Was hast du gekriegt? Turnschuhe. Turnschuhe. Puh. Ja. Aber die können ja was. Was die Hutzloser lassen können. Ja. Nein. Fliegen können sie? Ja. Soll ich es euch zeigen? Na, das zeig ja. Okay. Wie zeig ich es euch? Auf die Nase fliegen vielleicht. Ja. 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 Ich mach' dich mal. Ja. Und wer hat jetzt wirklich was Gescheites gekriegt? Ja. Ja. Das zeig mal. Jedes Jahr hat er ja gleich heischmalen. Vielleicht... Ich hoffe, dass nächstes Jahr wirklich irgendwann mal das Griechkind was Gescheites bringt. Glaubst du noch an Fegen und Hexen? Oder an Weihnachtsmann? Oder an Weihnachtsmann? Hör auf. Na ja. Komm, ich geh mal raus. Okay. Überlebt. Gehen wir. Gehen wir. Untertitelung des ZDF, 2020